Wirtschaft und Weltfinanzsystem klingt erstmal ziemlich trocken, oder? Ist es aber gar nicht. Wie wäre es, wenn du dir die Ressourcen der Erde als einen Kuchen vorstellst und die Staaten der Erde als einzelne Menschen, die um einen runden Tisch sitzen? Aber geht die Aufteilung für alle fair und gleich aus? In dieser Lehrveranstaltung zum Thema Weltfinanzsystem und Nachhaltigkeit zeigt Dr. Sollte anhand vieler Beispiele, wie es zu Finanzkrisen kommen kann. Geld ist nicht einfach Papier, dem Wert zugesprochen wird. Geld ist ein Versprechen. Kredite symbolisieren die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Was bedeutet das also, wenn diese Hoffnung zerplatzt wie eine Seifenblase? Auf den globalen Märkten legen Produkte einen langen Weg von der Herstellung bis zum Verbrauch zurück. Doch nicht nur Produkte, selbst Dienstleistungen sind nicht mehr ortsgebunden. Globalisierung per se ist überhaupt nichts Schlimmes. Wir haben die Ökonomie globalisiert, wir haben die Finanzsysteme globalisiert und das, was wir bislang nicht in genügendem Maße globalisiert haben, ist die Politik. Ist es möglich und an der Zeit, dass die Menschen nicht mehr um das größte Kuchenstück streiten, sondern eine Form der Verteilung finden, bei der alle satt werden und die Ressourcen für zukünftige Generationen erhalten bleiben? Du willst dich mit diesem Thema im Rahmen deines Studiums befassen? Dann geh auf die Webseite der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit. Such dir eine Lehrveranstaltung aus, nimm dir Zeit zum Lernen wann und wo du willst, nutz unsere Lernmaterialien und lege bei deiner Hochschule eine Prüfung ab und schon kannst du dir die Leistungen im Studium anrechnen lassen. Weitere Infos findest du hier.